Dann wärst du nämlich wieder am Leben gewesen. Ja, ein bisschen ätzend. Ja gut, dann halt nochmal. Weißt du Bescheid, ne? Ja, mit einem Medipack ist halt nicht so geil, ne? Ja, ich hab auch nur eins. So. Wo bist du? Mach, mach, mach irgendwas. Ich kann ja nicht so wirklich grad in Deckung. Okay, die burnt schonmal. Granate. Granate, der eine wirft. Ja, Yoda. Ich nehm' mal das Ballistik-Schild. Okay. Ich find' das geil, dass man das einfach so ändern kann mitten im Kampf. Ich find' das super. So, warte. Okay. Kommt grad einer angerannt. Äh, hi. Okay, der ist down. So, ein Stück nach vorne. Oh, da liegt nur das Loot von dem rum. Sehr gut. Oh oh. Was meint er denn? Er ist halt nur wieder Gangster. Braucht keine Wirkung. Doch einer. Oh oh. Was war das? Okay, stirb. Sehr gut. Ah, der ist auch down. Ah, links denke ich ja wieder. Wollen wir uns vielleicht so nach rechts begeben und dann so von der Seite schießen? Durch die Tür meinst du? Ja, warte. Nein, nicht da lang. Ich geb dir Deckung. Okay, ich bin jetzt an der Seite. Gitter. Wir müssen das Gitter im Weg. Oh Gott, wie lange hältst du das Schild noch? Das geht auch noch weg, während ich hinter ihm stehe. Alles keine Lebensanzeige oder so? Ah, doch. Aber man kann durch das Tuch schießen. Oh Gott. Ich bin tot. Oh. Da kommt gleich einer von der anderen. Ja, ja, ja. Der Ripper kommt, oder? Ach, er hier. Okay. Einen Schuss noch. Oh oh. Äh, Schild ist gleich wieder ready. Okay. Okay. Okay, der Ripper kommt, glaube ich, jetzt von rechts. Ja. Von links, meine ich. Warte. Okay, Schild ist ready. Du kannst aber super werfen mit deiner Granate, ey. Kann ich mich eigentlich hinter deinem Schild stellen? Okay. Ich hab mich... Boah, krass, der hat da schön noch nicht mal komplett down bekommen. Wir schlagen uns ganz gut, ja. Ihr nicht. Waren die überhaupt da? Die standen hinten rum, ja. Das haben sie gemacht. Boah, das Ballistik-Schild ist eigentlich richtig krass. Eigentlich wär's cool, wenn man, äh, äh, einer hat das Schild, ne, und der andere läuft hinter ihm so hergedruckt. Geht das nicht? Ich meine, das geht. Ich weiß nicht, ob das geht. Nur halt nicht als Deckung, dass du ihn, dass du dich irgendwie hinter ihm versteckst, sag ich jetzt mal. Aber ich glaube, das geht. Ausgezeichneter Arbeitagent. Brooklyn ist stabilisiert. Manhattan. Manhattan ist eine andere Geschichte. Aber sehen wir selbst. Es sind jetzt noch ein paar mehr Agents bei ihr. Erste schwere Mission abgeschlossen. Ja. Mit nur einem Tor. Come on, Dacheng. Endes. Es geht doch. Warte erstmal hier. Ich wollte mich gerade equippen. Jetzt kommt diese blöde Tooltip. Hm. Oh, die gibt mir mehr Leben. Eine neue Macht. Oh, Schaden oder Leben. Z ist se Question, ne. Rüstung extra Tötungs-EP. Ne, ich nehm die. Weil ich will ja mehr so auf Schaden gehen. Wenn du mehr so auf Heidung gehst. Ich geh aber auch so auf Schaden, ne. Ja, aber auch auf Heilung, halt mehr. Ja, durch die Fähigkeiten. Ja. Ja, meine ich ja. Eine. Ach, du bist schon weiter? Ich bin schon durch das Gitter gegangen. Ich bin schon durch das Gitter gegangen. Und du so? Ah. Ich jetzt auch. Oh. Da ich sehe eigentlich mal, wie du da durchläufst. Ist ja auch ein bisschen schade. Oh, diese Licht-Effekt. Wir haben keine Zeit, uns das anzugucken. Wir müssen uns beeilen. Da drüben. Hinter dem Gebäude ist eine Bar. Der beste Whisky Sour von Manhattan. Wir müssen sie retten. Falls wir die Stadt retten, spendiere ich nen Drink. Sorry. Wenn wir sie retten. Ah. Da kommt er. Der Rest von uns sitzt in diesem Heli. Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Dann los. Da! Willkommen,zent. Ah! 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 Scheiße! Mein Bein! D.Va. D.Va. Okay. D.Va. Das ist natürlich eine's geile Grafik. Ich bin in der Warteschlange drin. D.Va. Ich hab' einfach nur ein schwarzes Bild. Ah! Verbindungsaufbau! D.Va. Erstmal zum Server connecten. Ja, 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 ja. Scheint halt noch nicht ganz so, äh, ne? Ja, gut, ist der zweite Tag. Ja, dann musst du heute laufen. Eigentlich ja. Ich mein, hätten sie sich was denken können? Dass Leute eventuell Division spielen wollen. Was? Oh, Massive Entertainment. Massive Entertainment. Verdammt. Boah, ist das laut. Gute Arbeit, Agent. Red Storm. And ich. Dann los! Der beste Whisky Sour von Manhattan. Bleiben Sie wach! Ich brauch Sie! Sorry. Wenn wir Sie retten. Hey! Halten Sie durch! Hey! Halten Sie durch! Bleiben Sie wach! Ich brauch Sie! Hören Sie! Das wird wieder! Hey, momentan geht es Ihnen besser als mir! Shit! Die Explosion hat den Commander getötet. Wir haben einen Job zu tun. Den erledigen wir. Es ist nur... Landung in einer Minute. Sie müssten erst gleich auf der rechten Seite sehen. Wir sind... The Division. Aber Tom Clancy's Division. Tom Clancy's The Division. Ist ja nicht Clancy oder Clancy. Die erste Welle herausgefunden. Keine Ahnung. Weil manche sagen auch Clancy. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell! JTF-6-8 an Tower. Sicht auf den Hudson. Ja. Zwei Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war Ihr Taxi. Okay. JTF-6-8 klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja. Wir haben keine Zeit. Ich vertraue Ihnen. Das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zu Recht. Manche sind ja auch komisch. Willkommen am Hudson Pier. Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden. Aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Glück. Ich brauche kein Glück. So, jetzt will ich noch kurz warten. Wir gucken uns das nämlich an. Da kommen sie nämlich gleich angerannt. Der Quartiermeister ist Ihr Mann. Sie finden ihn direkt am Tor. Ach guck mal, die standen aber da hinten schon die ganze Zeit mit der Trage, ne? Ja, die haben halt keine Hobbys. Wir haben es schon gewusst, dass was passiert. So, und in der Zeit, wo die hinrennen, verkaufe ich ein paar... Oder zerstöre ich es ein paar Sachen. In der Zeit, wo die da hinrennen, muss ich noch mal kurz hier was mit den Schatten ändern. Auch das noch. Oder irgendwas anderes. Ich weiß es nicht genau. Warum? Was hast du denn? Ja, einfach so. So, Sie sind da. Toll. Dafür muss ich das spielen. Das ist halt nicht doof. Sie sind da? Hm. Da sind sie ja. Packen die den da auch rauf? Ne. Äh, Sie? Ne. Stehen nur doof daneben? Ja. Vor allem der linke ist halt geil. Oh, was ist denn da los? Oh, die hat ein Bein. Ja, sauber. Trainier mal ne Runde. Tut dir gut. Das gibt ja. Das gibt ja noch andere Befehle. Das gibt ja noch Kapitulieren. Das ist nötig. Das gibt es nur Uploadieren. Das gibt es auch. Dann habe ich noch Grüßen. Warum muss ich denn für den ganzen Scheiß jemand als Spiel neustellen? Was soll denn das? Blau. Was meinst du? Ich weiß nicht mehr, was das macht. Wir machen das mal auf niedrig. Wie, du weißt nicht, was das alles macht. Ich weiß nicht, was das alles macht. Das ist alles komisch. Ja, aber da sind doch so gute Erklärungen hinter. Ja, aber das hat mir trotzdem nicht verzerrt gemacht. Ja, doch. So. Jetzt ist genug geguckt. Jetzt gehe ich weiter. Ja, ne, Moment. Ich muss hier kurz den Schrutsch hinterher ausrüsten. Geh mal zum Händler. Gucken, was der so macht. Nix. Das klappt auch. Ich glaube auch. Der chillt ein bisschen seine Lane. Chillt seine Lane? Ja. Krasser Typ, ey. So. Ich komme. Kämpatzen. Hallo, Ausstattungsmann. Erst mal gucken, was habe ich denn überhaupt für Shit im Inventar. Hast du hier schon mit irgendjemandem geredet? Nee. Nein, nein, nein. Habe ich noch nicht. Ich bin jetzt gerade bei diesem komischen Ausstattungshändler und Verkaufssachen. Oh, ich gehe hier schon mal zu der einen, Ollen. Verkaufen. Oh, ja. Verkaufen. 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 Hä, das behalte ich. Und das mache ich nicht hier, sondern das mache ich hier klein. das hier schrott ich möchte gerne scherlegen zwei stoff nein möchte ich nicht so manchmal hier einfach die uzi rein weil wozu haben wir in 30 und teile das schulte mission ja doch ich hab dir das soll das so etwas davon zu dem brett der ersten munition offen habe ich aber nicht ich aber nicht senorita popitas machen kann ich ich lese mal irgendwie geil dass es so auf dem brett alles digital gemacht ist also gemacht wird ja der lager ist ja eh leer und raus nach manhattan raus nach nania moment sind wir nicht in nania jetzt ja ich dachte woher gehen wir jetzt eigentlich ich weiß nicht du hast ja hier die totalitäre gewalt weil da oben haben wir schon mal eine kampfmission da müssen eine feindbasis angreifen nicht weit von uns hat denn hier den hier den kurz besser weiß ich noch nicht haben wir ja mal die beta version von dem neuen experience runtergeladen und geil shadowplay ist da nicht mehr so drinnen das ist jetzt so ein share system damit kannst du auch auf youtube stream ok und ist eigentlich so ganz gut ja wir rennen den nur so durch damit müssen wir doch eigentlich mal diese schöne stadt bewundern ja das können wir später machen aber später später können wir das machen weil wir kommen ja noch an so ein ort der schön beleuchtet wenn es dunkel ist zumindest das sieht ziemlich geil aus entdeckt chelsea brauchen sie hilfe madame hier warte lassen sie mich jetzt einfach hier zurück ja moment was heißt einfach so zurück ich wollte dir den erst hilfekasten geben du blöde ach dann leck mich am arsch weißt du lassen sie mich jetzt einfach so zurück was ist denn los mit der braucht die hilfe was hast du hast du was ausländisches pack er hat irgendwas mit puta gesagt make america great again irgendwas mit puta gesagt oh ja kein problem die division regelt den shit deine die division bringt schon alle um keine angst warte mal ich hab noch eine oh ich werde die waffe direkt mal austauschen gegen eine schrottflinte die ich auch direkt auswähle warte zu scannen ja ok da hinten sind sie ok warte ich werfe die mine ok television keine bewegung schrottflinte das war eine sehr schnelle mission halt die backen jetzt jung und stirbt die division hat das so gesagt gibt es irgendwas ich möchte doch hier ist was blut oh eine waffe und was bekomme ich ein reparaturholster ne handschuhe habe ich schon neuer handschuhe für level 5 toll kriegt mir jetzt grad viel immerhin besser als nix so und jetzt ja weiß ich nicht ich will du aus oh god ja sollen wir dann diesen einen einsatz machen den ne wir machen erstmal den neben ist ja mein gott es ist einfach furchtbar wir sollten eigentlich gestern eine lieferung mit der männer erhalte ok dann machen wir zuerst rufen wir zuerst die mordverdächtige michelle manson denk nur an die kranken menschen die darauf angewiesen sind könntest du wohl danach suchen nach mason na klar michelle charles manson so heißt die ich bin mir relativ sicher dass die genau so heißt ja ich glaube auch wäre sehr naheliegend ja ist schon was drinne der division loot zeig dich ich glaube nicht dass das so funktioniert verdammt warum wir gar nicht mehr the division sagen ne ja doch einfach um style des styles willen du 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 hast du die mission als erstes gemacht welche für das hauptquartier ne ich habe auch zuerst diese kampf mission oben gemacht ja dann so ein paar andere neben mission und dann aber recht schnell hin weil ich den belohnungssender halt haben wollte mhm und du ich habe erst alle neben mission gemacht alle ja also so die kämpfe und blabla aber es kommen immer neue sachen kannst kannst ja die die hatte ich eh noch nicht gemacht die mission hättest ja die die homebase schon fast komplett upgraden können das kann gut sein ja du musst doch eigentlich fast 300 millionen punkte haben ich habe keine ahnung vielleicht waren es auch fünf kann auch sein ist hier noch irgendwas ja hier in der ecke radio still das war das einzige funktionierende radio in ganz manhattan ne das ist gelogen es gibt hier noch mehr habe ich schon gesehen ungerade aber wir können hier oben abkürzen ich bin mir da nicht so sicher doch doch was ist da das ist gut explosiv geschossen alles klar werde ich nie benutzen aber ich habe es so alle down enemies are down enemy down blindgranate au dein bein unter anderem das ja hier ist ach guck mal hier ist geil hier ist eine unsichtbare mauer äh entweder sollte da irgendwas hin oder die haben vergessen die zu entfernen äh äh warte mal warte mal warte warte mal stufe 5 alles klar kann ich nicht benutzen läuft kenn ich kennst du das äh komm komm äh da hast du ein erste hilfepäckchen das ist so toll und ich krieg nen rucksack guter tausch woher hat der diesen rucksack keine ahnung vor allem warum ist da nix drinne das ist die frage ne wie man sich da stellen sollte weil es ein armer obdachloser ist ja aber woher hat er denn den rucksack geklaut naja hätte er sich da aber auch andere sachen klauen können wie zum beispiel ein hilfepäckchen vielleicht gab es keine mehr ist natürlich doof es gab nur noch den einen rucksack ja da war zu spät wohl jetzt gehen ok ich hau ok direkt auf den ersten lieutenant am besten gehen ich auch guck mal hier geschenkt sehr gut So, Lieutenant Man ist gleich down Und der auch Ach guck mal, da kriege ich doch mein Ausgegebenes Medipack zurück Gut investiert in die Zukunft Ja Ihr Casmas So, ich soll nochmal Munition auffüllen Da ist noch ein Radio Äh, ich verschließe die Mine auf Auf gar keinen Aha Nicht in die Gruppe da? Hätte ich gerne gemacht, aber du standst im Weg Was machst du jetzt? Okay, von hier hinten ist irgendwie doof mit der Und der Pumpgang Oh, scheiße Oh Er trifft uns einfach beide Kranker Mongo Oh Gott Wir brauchen die Base of Operation Wir brauchen diese Medizinskill Hä? Achso, ich soll doch faul rücken Ach, Operation of Skill Gedöns hier Was? Machst du alle kaputt? Was ist denn die Operation of Skill? Nein, keine Ahnung Da kommen noch mehr Was? Tatsache Mehr Enemies Wow Das Ding war super Kannst du auch? Mhm Oh, die Granate war gar nicht mal so kacke Das ist so gut erkannt Ja Man nennt ihn auch Captain Obvious Okay Ja Miss Mason ist da oben Dann lass uns sie holen Ich kann nicht Ich werde von Mülleimern festgehalten Ja, Mülleimern waren schon immer eine große Brung für CineVision Das ist nämlich der Erzfeind von CineVision Von der ganzen, ganzen Company hier Ja, eine von den beiden sind ja sogar Müllmänner Ja, siehste Die Cleaner mit den Flammenwerfern Das sind Müllmänner, ehemalige Huh Oh, die hielt aber gut aus Ja, 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 ja Danke Wem sagt sie das? Ich hab keine Ahnung Sie selbst vielleicht ist nicht schizophren Okay, jetzt haben wir sie Ja, ich schieße irgendwo gegen Alles geht in den Luft Ganz Manhattan Ja, muss sein Ja, mittlerweile kriegt man ja noch Blaupause für die ganzen Sachen Ja, aber ich weiß noch nicht genau, wie man craftet Äh, Base of Operation Also es ist noch unwichtig, alles klar Ja, wenn du halt die Sachen zerlegst Dann kriegst du halt Teile Ja, dann kriegst du halt Teile, Stoffe und das weiß ich Ja, genau So, Laser, ne, Zieloptik, Dingsbums Mal kurz gucken, was haben wir neu Das nicht Äh, ein Holster Neues, geiles Holster Was hast du für ne Waffe Äh, noch so ne Standardwaffe Und zu sagen, ist die Fertigkeitenstärke, weißt du das mittlerweile? Äh, verbessert Skills Das heißt, zum Beispiel bei dem Schild, das hält länger Ich glaub, die Heilung heilt dann mehr Okay Die Mine macht mehr Schaden, also diese Haftbombe Ah So was Okay Mhm So, was machen wir als nächstes? Im nächsten Nebeneinsatz Oh, wir sind ja noch gar nicht fünf Ja, mir ist egal, ob wir jetzt die Base dann noch machen oder nicht Ja, würde ich sagen, den einen und dann noch die Base Warum redet ihr so? Ja, natürlich Baby Oh, hier liegt noch was Hier ist noch was anderes Irgendwo Brandgeschoss Sind jetzt echt wieder Gegner Oha, die sterben ja gar nicht mit einem Headshot Oh Gott What? Ah Scheiß Spiel, deinstallieren Aber direkt De-Abo Wie, du hast es noch nicht deinstalliert? Ne Ich dachte, wir patchen die heute rein, aber irgendwie nicht Er hat um Stop gerufen Ja, ich hab ihn auch gestoppt Mein Palais Er wollte mit unserem Anführer sprechen Ja, das geht aber nur, wenn er Pirat ist Er ist kein Pirat Hallo Was haben sie denn für Probleme? Ein Mineralwasser, möchten sie? Gerne doch Mineralchen Oh, ich hab ne Mütze bekommen Geil Ein Beanie wenigstens? Ne Bist du ja so ein Beanie-Nerd? Wenn du kein Beanie kriegst, dann flippst du ja aus Ne, eine einfache Militärmütze Ah, ne Ja, ne, also Damit gibst du dich doch nicht zufrieden Doch, ich hab's ja Und? Nicht abschießen! Nein! Meine Aufgabe Können wir mal sehen, ja Mit so einem Psychopathen nicht arbeiten Glaublich Okay, davon sind Gegner Glaub ich Warnung Eintreffen der Gegner Moment, das ist kein Gegner, oder? Weg von dem Polizeiauto Das sind keine Gegner gewesen Ich weiß, die Gegner sind da hinten Ah, ne, wir müssen da hoch What the fuck, wir müssen da hoch Äh, warum fängt das hier so an? Hä? I'm verwirrt Interessant The Division Das ist schon eine ziemlich brutale Organisation The Division Ja Ja, komm, sehen wir das hier auch zu tun haben, ja Und runter Hä, warum fängt das denn so an, dass ich bin verwirrt? Das hatte ich auch Also, dass das wechselt, weiß ich Echt? Ich nicht Okay, wir haben ein Problem Kein Problem, ich schmeiß ne Granate Die sind nämlich dumm Ja, scheiß auf Ware wird beschossen Die Skid ist wahrscheinlich nicht bereit, ne? Andere Seite Wo? Andere Seite So unten, oder was? Ja Bin da Sehr gut, den einen noch und dann haben wir es Zwei noch Ich muss schon sagen, wir sind alle schwer beeindruckt, wie du die Medizinlieferung gesichert hast Ich werde Benni von dir erzählen, wenn ich ihn sehe, dass es ihm gefallen ist Schauen wir mal kurz die Sachen, die da hinten lagen Ich auch machen Ja, erzähl dem Benni mal Bescheid, ne? Erzähl ihm mal Bescheid, dann weiß er Ja, wer ist das überhaupt? Ich habe absolut keine Ahnung, Benni halt, ne? Benni ist, äh Den muss man wissen, äh, den muss man kennen Der Benni Benni boy Ich glaube, ich werde beschossen Meinst du? Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein Ja, oh Gott, des Willen Warum schießt der auf mich? Seid ihr dumm? Sind wir Division Du bist der Division Ja Alle anderen sind meine Divisionäre Oh Oh, Trängas, ich möchte nicht weinen So Der ist aber elegant runtergefallen Ja Hat er gut gemacht Oh, scheiße So Äh, jetzt wären wir in der Nähe von einer Wasserversorgung Ja, aber ich glaube, da ganz hinten war noch Loot, oder? Bei dem, äh, einen Punkt, äh, wo ich da mal hin? Okay Ja, aber so geht's ja nicht, kann ich einfach Loot liegen lassen Ja, ich sag gar nichts Ah ja, stimmt, grüner Loot sogar, sehe ich Gerade von hier Echt? Bei mir ist der grüner Loot, ja Also, bei mir ist hier nur normaler Loot Nichts Interessantes Ja, da wo du jetzt bist, ist bei mir grüner Loot Schweinerei! Einen Wert Uh, cool Sogar eine Waffen Waffen-Mod Kurz mal aussetzen Ähm Leer Anfängliche Stabilität Um 3% verwässert Ich finde das voll komisch irgendwie, ne? Was denn? Gestern habe ich ja auch so mal ein bisschen aufgenommen Hast du? Ja, weil ich mal auch, ich bin ja so ein kleiner Tester immer, ne? Ich weiß Und dann lief das irgendwie Also im Spiel läuft's gut Aber so die Aufnahme, manchmal glaube ich, ein bisschen rucklich Okay Ich glaube ich wieder mit Shadowplay ran Ja gut, du hast ja genug Auswahl Wobei das gestern halt ging, ne?